Hallo und herzlich willkommen zu Skywise Minecraft Survival Folge 873. Wir haben hier den Kreislauf komplett. Ich glaube wir halten ihn schnell an und zahlen, ob nichts verloren geht. Also ob nichts verloren geht. Aha, ich komme jetzt in die Linie. So auch nicht. Hm, alles... Alles nicht kalt, hm? Tut es noch? Nein! 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 So. 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 So schnell bestellen. Äh... Musik Ich habe es so viel im Berend, damit wir das wiederholen. Dann muss ich noch bis dort weg sein. Dann muss ich noch etwas holen. Bitte Spinni erledigen. Das sind ja hier, oder? Spinni an. Ah, das ist gut. Dann muss ich noch schlafen. So. Ich habe noch ein Ding Deutsch. Ich muss schnell schauen, ob ich etwas gesagt habe. Vielleicht können wir etwas rumlegen. Hier könnte es natürlich hängen bleiben. Theoretisch. Da muss ich gut sein. Ja, da könnte es auch hängen bleiben. So. 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 Jetzt schalten wir runter. Das Video-Ding wieder oben runter. Nein, nicht das. Sondern, äh... Entity Distanz. So. Ja. Sonst will ich sehen, wie das Zeug hier runterkommt. Ja. Tipptopp. Also 4x64 Bus dort äh... 64 also das Deck. So. Da wird nichts daraus gelegt. Gut. Den Redstone brauchen wir noch. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen mit. Wer weiss, was ich sonst noch alles verliere zwischendurch. So. 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 Jetzt kann es jetzt einfach zeigen, wir laufen dort hinten. Ja. Ich würde jetzt eigentlich gar kein Regen. Gibt es nicht? Nein. Ähm. 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 Hä. Ähm. 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 Na gut. Ähm. Also ich müsste jetzt den zondifizieren hier irgendwie, mit dem hier. Müsste aber sicher sein, als Kördingsbohnd. Das können wir machen In diesem kann man den Kuhn nebenan stehen. Für den Kuhn nebenan stehen braucht man den Garten an. Zum Beispiel so etwas. Vielleicht ein wenig mehr als nur etwas. Einmal rein. So etwas vielleicht. Der Kuhn nebenan stehen. so bitte gehen sie rein das ist der ganze Vertrag, wenn ich ihn mal drinnen brauche oder nicht du bist der falscher, bist du in der Buse Zölit ich nehme das an du siehst zum vom Geht's, Rai. Geht's, geht's. Ja, ein kleiner. So habe ich es uns zu Ende geschafft. Oh, das wollte ich nicht. Ist es gut gefasst, oder? Das sieht so aus. Ich schaue es um zu sammeln. Schaue, dass nichts verloren geht. Fest. Hier muss man den Umweg laufen. Das ist unglaublich. Ich frage mich jetzt nicht, wenn du da irgendwo bist. Also... Eine Kräfte auf Wiese. Jetzt wird doch ein kleines Kado. Hier, was will der? Ich frage mich auch. Wenn du willst, kannst du nicht gehen. So, zum Beispiel. Ich frage mich. So heiße ich. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Deine glaube ich, der Schlag. ationsostaal・・・ would er auch sollen. Ein calmer? Ich gab es mir in dieosition zu schwarzen. Klar500-l abken. Ich sehe gar nicht mehr, aber ich sehe gar nicht mehr. Ich sehe gar nicht mehr, ich sehe gar nicht mehr. Ja, das wird jetzt kompliziert. Sorry, ich will jetzt mal schlafen. Nachdem wir testen, ob wir nichts verloren haben. Eigentlich ist es schon fast abgelaufen. Der Erfolg. Ah, jetzt. Ich müsste von der Zeitdauer her wahrscheinlich länger für den Test. Ausser Endman will natürlich wieder ein Hals klauen. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Bö Ok, dann verzicht. Da geht's weiter. Aha, aha. Vielleicht ist es falsch. Ok, das ist der Vogelreich. Wir haben fehlend gefunden. Wir kommen jetzt mit dem Truck. Ah, da gibt es kleine Wege. Wir kommen jetzt mit dem Truck. 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 Ja, es hat geregnet. Das hier. Jetzt ist die Folge fertig. Und ich habe meine 64 noch nicht zusammen. Ist es uns das falsche? Das hier? Ups. Das hier. Jetzt holen wir die. Ja, schau mal. Ich weiss ja, ob es 64 war. Ich hoffe, dass wir ihn noch mal vornehmen. 55. 40. 90. So, schnell stoppen. Aufgesammelt habe ich einige. Und zwar das. Das und das. 4x64 plus. Ich müsste aber auch dort unterwegs sein. Ich muss ja wirklich wieder... 64. Hier fehlen noch 2. 64. 4x4. Ok, wir haben alle. Immerhin. Ja, tja. Dann äh... Machen wir den Test noch einmal. Nächste Folge. Und tschüss zusammen.